also ich würde mal interessieren ob es annähernd an die größe von der sie irgendwie bei der sie man zu 200 quadratkilometer also wie sich also du hast wir müssen jetzt noch jagen gehen wir ja noch stimmt es ja gut dann scheiß auf den baum aber wir zurückgehen so ja da waren wir noch hier aber irgendwas war hinter uns ja schon wieder da gehe ich nicht wo ich gejagt werde ich nicht jetzt ist ab und auch der mutter über uns die helft der nacht haben wir auch jetzt doch nicht mehr hier laufe ich wieder ins gebürt ist schlecht glaube ich muss das dunkel ich sehe nicht mal muss hoch und wo es umgekehrt ist egal nichts ich sie nur noch da sehe ich das was gebaut wurde ja ich schnell geht es ist ja wie sagt es sind das liegt ja immer langsam immer weiter runter also bis jetzt schon bei 170 also muss ich jetzt auch nicht als tot oder was passiert dann weiß ich ob wir einfach nur die verlieren leider wir haben dann glaube ich wenn wir hier fertig sind haben wir glaube ich echt alles mal durchgehabt dann sind wir mal runtergefallen vom zombie gefressen worden erschossen geaxtet verhungert erfroren sie mal am schwarf vielleicht erfrieren und erhungern wir gleich verhungern wir gleichzeitig ja das wird wahrscheinlich sein weil ich glaube dadurch dass es dir kalt ist warum jetzt im moment geht einfach nur die hungeranzeige schnell runter weil ich weiß nicht wenn man im lagerfeuer sitzt nicht so schnell runter geht fast gar nicht runter ok ja logisch eigentlich auch warum sieht man denn hier nichts kann sie machen nein aber da machen wir auf uns aufmerksam ich weiß nicht ob es so gute idee ist ja und schweine sie mir dadurch auch nicht ich meine dadurch wird ja noch unsere mehrere umgebung keller aber dadurch sehen wir nicht was weiter weg ist hat ja auch schön nachzulaufen ja ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt deutlich sicherer als zwei jahre auf jeden fall das stimmt mir auch wahrscheinlich stört mir gleich irgendwo in den graben wieder tot weil wir nicht sehen wo wir ja stimmt so zwei jahre auf jeden fall ja ein paar bäume da orientiere ich mich auch gerade dran ich lauf eigentlich nur dahin wo bäume sind was anderes kann man ja gar nicht machen hier gleich hören wir irgendwie so direkt in den bären reingelaufen und dann wird es mich jetzt echt nicht ja kann man ja kann man ja nicht selber kaputten 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 vor allem King Thai Boy ja ja super 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 nö 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 straight hate war toll als female soldier geht das ok ja irgendwie bleibt jetzt alles auf einer stelle habe ich mir verhakt was war das ach du bist du hast kein essen mehr und nein wir werden nicht verhungern aber guck mal jetzt wird meine gesundheit angepasst die jungen beteilig unter wie es steht in der mond er steht direkt über uns wenn ihr nicht auf die fackel an machen aber jetzt kann ich sie nicht haben jetzt kann ich sie nicht jetzt sehe ich gar nicht nein bleibt wahrscheinlich schon an tausenden die hier vorbeilaufen die haben wir uns auch alle nicht gesehen alles schön warte scheiße facken sie einfach mit der fackel kann ich das geht das sei scheiße um an den schwein jetzt nicht genial aber jetzt muss durch zufall so ein schwein irgendwie wir haben noch 9 89 alles schweine zu mir aber nicht die schweine die mich töten die schweine will ich nicht ich will die rasen schweine die hier gras fressen vielleicht sollte ich mal wieder das licht ausmachen und dann irgendwann so ganz spontan nochmal anmachen und steht da vielleicht ein schwein man weiß es nicht wir werden verhungern ich sehe es schon kommen wir haben noch reserve wir fressen jetzt ja gerade erst mal unsere fettresamen an ja ja warte 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 jetzt noch kraften könnten was uns vielleicht einer jagd ein bisschen helfen könnte vielleicht der pfeil und hohe oder so ja ich glaube ich glaube wir könnten schon gut wo kümmer bestimmt wenn wir steine werden wir haben holz antingen was braucht man denn klos wo auch nur dafür scheiße aber wir können uns bestimmten link machen ja das sind die einzigen waffen die haben wir nicht aber wir haben mitteil oder beteiligten und so ist also ein schmelz-ochen röpfe händler 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 es ist doch nicht schaden stein als zähne die hier oder nicht umrunder und da nur es ist nicht einfach wie die stadt mehr sie ist noch gar nicht weil es doch solange gar nicht da drunter ok kraftlos das haben wir wenigstens mal was so und doch noch mal zurückschlagen können uns am axten diese wollte ich nicht mal ganz dringend und das schrecklich kann vom überleben ja ja unang mit einer fackel die übrigens auch bald aus ist ja die übrigens auch bald aus ist aber die nacht ist hoffentlich auch bald mal ja ja geht schon unter der grund haben noch 62 bis zum morgengrauen leben wir noch auf jeden fall dann wussten wir doch gleich mal aus aber ich habe in axt gebaut super damit kann ich jetzt auch mit stein einfach hier ja da kannst du der menschen die hat halt schneller zu kriegst man nicht mehr oder die ist schneller und jetzt drückt ist es ist nicht wirklich merklich schneller oder eigentlich dachten wir haben nicht so viel zeit unsere zeit läuft ab ja jetzt wird es schon da noch ein bisschen ich kann schon wieder sehen anstelle von dunklen flächen sehe ich jetzt plötzlich hätte flächen oder oder wenn romantisch romantisch super ein schwein ein schwein ein königreicher ein schwein irgendwas so was es war es so ist auch gar nicht so an mir ist nix nieder niente wenn wir in den verhungern ja mann und davon da hat man nicht was ist nur noch gar gar nicht um wenn ich noch auf die sonne zu es ist überhaupt so eine nirgendwo und unterliegen wieso aufgeht und da in der unterlauf des gebürges scheiß oder laufend an ist das so wie krass und sind wie kein wo ist das viel zeug ich dachte auch schon meine augenbluten aber es ist tatsächlich wahrscheinlich der hunger vertreibt mir das blut in die augen da wird so ein bisschen zombie vielleicht auch schon direkt schmackhaft aus verfaultes stecken ist zum fleisch jetzt ein stück verfaultes wie bei der sie ja der grund warum man nämlich krank wird bei der sie ist tatsächlich wenn man freute früchte frisst dann fällt man nämlich auch immer regelmäßig in ohnmacht wenn das passiert kann man ja irgendwas machen naja es gibt antibiotika und du kannst dir halt den magen auspumpen mit kohletabletten noch schön kannst du dich dann übergeben das passiert auch wenn du zu viel trinkt also du könntest theoretisch auch in der sie einfach zu viel trinken und könntest dich dann damit übergeben wenn du gerade keine kohletableten hast also es ist halt das interessante an der sie es gibt halt immer für alles im ausweg irgendwie es ist halt nur die frage was ist der ausweg ja da gibt es leider nicht so viele möglichkeiten wie du dir lernen kannst du auch hier nicht wie bei die bären sammeln kannst hier rennt auch nicht viel rum außerdem ist das lebende fleisch ja wir sind eh gleich 24 das ist der countdown läuft wie ich sagte wir sehen vielleicht gerade noch denn jetzt ist der bildschirm auch schon ja es ist ja auch nirgendwo etwas ja es ist ja nichts sind nicht mal häuser mehr hier müssen echt abseits sein müssen wir nicht sein gar nichts ist arbeiten so dass er noch wer weiß ja ich glaube ich habe fast das gefühl obwohl wir können nicht im kreis gegangen sein weil dann werden wir ja zu einer gegend gekommen wo häuser stehen ja und hier steht ja nichts scheiße weil selbst wenn wir jetzt ein schwein finden wir schaffen es nicht mehr das zu töten müssen das jahren müssen das gleiche auch noch kochen kann man das nicht roh essen da kann so roh essen aber ja der verlierste das spiel mag uns nicht habe ich das gefühl und ich mache es gar nicht genug zeit da hochzugeltern mich von oben runter zu stürzen ja wir verrecken ihr das passiert bereits ist die polen gang ist die polen gang ist die polen gang ich hab nicht mehr genug zeit da hoch zu klären ich freue mich runter zu stürzen das nachkommen wir laufen laufen den sonnenaufgang okay wir täuschen jetzt einfach wir sagen einfach das ist ein sonnenuntergang für uns ist ein sonnenuntergang lauf ins licht wir gehen ins licht 5 und das wäre jetzt das geilste wenn er noch auf dem letzten habe uns noch einer erschießt da würde ich mich so kaputt lachen oder so oder sowas ja wenn so unseren scheiß passiert 1 1 und geht es nicht das ist interessant jürger sei aber gar nicht mehr da haben wir uns getötet die jürgen ach so ich würde sagen wir haben jetzt ganz geschlagen stunden haben wir das jetzt gespielt und wir sind eigentlich nur in einer tor gestorben ich würde sagen es reicht jetzt fürs erste ich glaube hier gesehen wir haben meint schon viele kräfte man hat das haus was wir gebaut haben zwar nicht wirklich gesehen aber wir haben ein haus kräft wird es ja ein schilder ja ein schilder mit jürgen mit jürgen mit jürgen haben sie nicht mal hingekriegt was zu essen nein es war alles zu schnell ja uns vor die flinte gelaufen ist oder zu aggressiv ja aber es gibt schon durchaus dinge die mich noch interessieren zum beispiel wenn man jetzt jemanden getötet hat ob man die dann auf essen kann also das ist das muss man ja fragen dürfen ich meine wenn man zombies essen kann und schweine und alles dann kann man vielleicht auch spieler ist also ich glaube doch nicht aber ich habe es noch nicht zu sehen meine theorie ist übrigens die haben uns deshalb alle getötet weil sie uns aufessen wohl ja das wird wahrscheinlich gibt es keine nahrung ja denn es gab ja gesehen es gab keine schweine mehr oder nur so ein vereinzeltes schweinchen das heißt es gab keine nahrung mehr das heißt die leute haben sich gegenseitig aufgelassen kann die wahlen schweinerei echt diese schweine auf jeden fall dank fürs zuschauen an alle und auch danke an dich dass du dabei warst auf jeden fall das war super ich glaube auch das ist sehr lustig also ja ich bin sehr ich bin sehr gespannt dann auf die episoden und ja ja dann sage ich noch mal danke fürs zuschauen und dann bis zum nächsten video auf meinem kanal